Die Schweizerische Landesbibliothek, die sie damals noch war, ist ja ziemlich jung, die ist erst 1895 entstanden und hat dann aber, weil sie halt fleissig gesammelt hat, mit der Zeit ein Platzproblem überkommen, wo Alpot zögeln musste und in eine grössere Lokalität, am Schluss dann im Bundesarchiv, hier im Quartier, und wo es dann auch dort nicht mehr gelangt hat, hat man einen öffentlichen Wettbewerb ausgeschrieben, 1926, für einen Neubau im Kielerfeld. Erstaunlicherweise hat der jüngste Teilnehmer, der Architekt Oeschger, gewonnen mit erst 27 und einem wirklich sehr modernen Entwurf, der nämlich der architektonische Moderne, dem Bauhausstil entsprochen. Er ist einer der architektonischen Pioniere des Stils in der Schweiz. Wir können das Credo der architektonischen Moderne so zusammenfassen, dass man sagt, die Form folgt der Funktion. Also man sieht dem Gebäude sehr gut an, dass es als Bibliothek konzipiert und gebaut wurde und kein überflüssiges Element, kein Zirat oder Ornament hat, aber trotzdem eine sehr gelungene Ästhetik und weil es ein Pionierbau der architektonischen Moderne ist, steht es inzwischen auch unter Denkmalschutz. Der Bücherturm ist wahrscheinlich etwas vom Markantesten von diesem ganzen Gebäude, weil er wirklich konzipiert wurde, um Bücher aufzubewahren und für nichts anderes. Das war natürlich eine Stärke in den 70 Jahren, in denen man ihn wirklich als Bücherturm genutzt hat. Das heisst, man konnte jedes Tabler ohne Leiter erreichen. Auch darum sind die Geschosse so niedrig. Wir mussten Ende des 20. Jahrhunderts mehr Platz für unsere Bücher haben. Wir mussten uns überlegen, was Bücher benötigen, um möglichst gut bestehen zu können. Es ist klar, im Bücherturm waren es der Sonnenausgesetzt und man wollte Tiefmagazine bauen und das auch können. Technisch war das in den 30er Jahren noch nicht möglich, aber in den 90ern konnte man das bis 8-Geschosse-Tief. Damit war aber die Frage, was wir mit dem alten Bücherturm machen. Und wenn man jetzt den Modernen nachleben wollte, hätte man sagen, dass die Funktion sich erübrigt, dann müssten wir auch mit dem Gebäude abfahren. Und das wäre natürlich dann nicht gegangen, weil es inzwischen eben unter Denkmalschutz gestanden ist, gestellt worden ist. Also hätte man im Namen des Schutz der architektonischen Moderne nicht den architektonischen Moderne nachleben dürfen. Das ist paradox. Aber man hat dann im Gespräch mit den Denkmalpflegern sehr einen guten Kompromiss gefunden für die Umnutzung dieses Bücherturm gemäss den neuen Bedürfnissen. Und eines davon war eben die zusätzliche Lesesäle für das Literaturarchiv zum Beispiel, wo wir jetzt hier drin sind. Im Bücherturm waren die Geschosse sehr niedrig und das wäre nicht convivial gewesen für diejenigen, die einen Tag lang über das Manuskript brüten wollen. Also war die Idee, dass wir zwei Geschosse zusammenkoppeln, das heisst an dem Ort, wo der Lesesaal ist vom Literaturarchiv, den Boden herauszuschneiden. Und speziell ist eben die Atmosphäre von dem ehemaligen Bücherturm, wo man sehr wohl noch sieht, dass es eben als Bücherturm gebaut worden ist ursprünglich, aber kombiniert eben mit einer heutigen Funktionalität. Es ist hell, es ist freundlich, es ist ruhig und man hat genug Luft über sich, dank dem, dass man den gelungene Kompromiss mit der Denkmalpflege finden konnte und hier einen Zwischenboden ausschneiden. Was natürlich auch ganz bewusst von den Architekten beim Umbau gewählt worden ist, zum Erschliessen von diesem Literaturarchiv, wir sind ja hier auf der Ebene 4, das ist eine Kaskadestage, die von der unterste Ebene 1 bis zur oberste durchging, durch den alten Bücherturm durchführt, also reingeschnitten worden ist und natürlich im Gegensatz zum Resten des ganzen Gebäudes extrem asymmetrisch ist. Das ist also gewollt, man hätte intervenieren in den alten Bücherturm, um es sichtbar zu machen. Das ist jetzt eben die Umnutzung, das ist jetzt eine bewusste Veränderung dieser alten Funktion. Bei einem Gebäude generell ist die Aufenthaltsqualität entscheidend. Also im Spass verlange ich einmal von jedem Architekten, der etwas baut, dass er das erste Jahr selber das Gebäude bewohnen muss bzw. wirtschaftlich nutzen und dann sieht er zum Beispiel, welche Qualitäten oder die Schwächen eines Gebäudes sind. Also solange es mir und die Benutzenden so wohl ist, wir bekommen auch regelmässige Komplimente über, wie lässig das einfach ist, hier zu studieren und zu arbeiten, dann nachher finde ich, spricht das für sich.